Was machen? Den wir starten. Jetzt haben wir schon mal 50 Euro. Jetzt wird schon gut los. Wir haben jetzt investiert 50 Euro. Schon los. Jetzt heißt das Bombe. Wahnsinn. Jetzt heißt das Bombe. So muss ich das sagen. Na voll. Ah, jetzt. Nur vorne. Rune 2,20. Rune 8,30. Beste. 150 Euro hab ich doch gesagt. Verringert oder Bernd? Boah, Scheiße. Präzifil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020